Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn, nach einer ewig langen Pause. Ich erklär auch ganz kurz warum, wir rennen aber schon mal ein bisschen los, machen die Hauptquests weiter. Liegt an mir aktuell, weil ich schon wieder umgezogen bin. Und wir haben jetzt ein Portal. Oh, cool. Hätten wir direkt hier hinreisen können, hätten wir das schon vorher mal gemacht. Ja, weil ich umgezogen bin schon wieder. Warum bin ich schon wieder umgezogen? Ich werde vielleicht einen Vlog dazu machen. Wird er hundertprozentig nicht. Kommt am Talk zum Sonntag. Also heute? Nein, nächste Woche. Also dann für die diese Woche. Für die abwerten. Wenn ihr das guckt, diese Woche. Oder wenn ihr das nachträglich guckt, den Sonntag nach dem Video. Ach, wie lange kam es, Alter? Vier Wochen? Keine Ahnung, also bei dir kam ja letzte Woche wieder was. Ja, bei mir kam letzte Woche wieder was, weil ich die anderen Parts nicht online gestellt hatte. Weil ich, boah, ich war auf Lehrgang. In der Woche bin ich auch umgezogen. Dann hatte ich zwei Wochen lang kein Internet. Dann war letzte Woche. Dann hatte ich meinen Vodafone-Tanker-Tamin. Boah, da könnte ich gleich auch noch ein bisschen rum-raten. Äh, renten. Renten. Aber das mache ich vielleicht erst im Vlog. Oh shit, oh shit. Ähm. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin gestorben. Das mache ich im Vlog. Nochmal hingehen. Im Vlog werde ich noch ein bisschen renten. Und ähm. Renten? Renten. Renten pocher. Ähm. Ja, deshalb habe ich jetzt immer noch kein richtiges Internet, aber dazu auch mehr im Vlog. Und Dami hat da wenigstens ein bisschen Internet wieder. Ja, Gott sei Dank, ey. Freddy hat mir so ein bisschen Internet eingerichtet. Ja, von den Nachbarn so ein bisschen geklaut. Zack, zack, geht ja. Genau, geklaut, sagt er. Absolut legal. Schaff. Nenn ich das. Oh mein Gott. Pfff. Was, Hilfe. Ja, ich schon, aber geht schon. Mir wird grad da ran, der schon wieder. Äh, falls ihr was im Hintergrund hört, das ist meine Freundin, die mit den Katzen... Oh Gott, okay, ich hab die gerade so... Oh mein Gott, ich hab extra noch mal weggelaufen. Die spinnen gerade halt. Ich hab die gerade so Tode erschreckt. Hier ist übrigens ein Watt, die man kaputt machen kann. Da hab ich gesehen. Oh mein, ich hasse Spinnen. Nein, 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 nein. Und es fallen einfach tausend Spinnen von oben. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich geb grad so viel Leben dazubekommen und jetzt sterbe ich wieder. Ich bin fest gesnackt. Okay, jetzt gehts wieder. Ich sterbe zwar fast, aber ich dash immer noch über volle Kanne rein. Hier hab ich, glaub ich, das erste Set bekommen und dann so. Hast du noch was Gutes bekommen? Nee, gelbe Sachen. Achso, ich hab einfach... Achso, ich hab wahrscheinlich das da. Ja, ich hab wahrscheinlich hier meine Dings drauf gebraucht, deshalb... Äh, ich hab ein bisschen Pisse bekommen und das war's aber auch. Da hat man hier auch. Äh... Da war mir gar nichts drin. Best of the Mountain? Nee, das ist irgendein Scheißteil. Hier gehst du noch weiter. Ich soll eine Wand zum kaputt machen. Wir müssen das ganze Dungeon da krieren. Okay. Die Wand, die wir kaputt machen... Ich weiß nicht, wie ich's erklären soll. Können wir da hinten bei der anderen zeigen, also. Die leuchten ein bisschen, ne? Nee, die leuchten eigentlich gar nicht, also... Sie sind halt auffällig. Ich weiß nicht, wie ich's das beschreiben soll. Ich hab das Spiel... Also ich wusste auch, dass hier irgendwo eine geheimer Wand sein soll. Das hab ich dann auch so gesucht. Das sieht auch aus wie eine, ne? Passt. Aber es ist keine. Ich find's aber ziemlich cool mit den geheimen Wänden. Ja. Vor allem da hab ich auch ein Set gefunden, also. Es könnte vielleicht sein, dass da bessere Spawns sind. Oh Gott, so viele Zombies, nein! Alle weglaschen. Oh fuck, oh fuck. Warum hab ich keinen Arrow-Pull-Skill eigentlich? Das ist die Gegner. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil du nicht der typische Damage-Spieler bist. Äh, nicht der typische Tank bist, sondern halt so nicht. Also ich glaube, der Soldier ist die einzige Tank-Klasse hier. Ich kenn die Klasse nicht so genau und vielleicht kommt hier noch einer dazu. Ja, aber im Grundspiel haben die ja schon mal die Grundklassen eingeführt. Ich bin immer fast tot. Also ich kann doch auch auf Nahkampf gehen, aber ich bin doch, also meine Klasse ist doch halb auf Schild aussehe. Ich denk mal schon, dass es die, äh, Defense-Klasse hier ist. Ne, 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 ne. Aber ich finde eigentlich so, für den normalen Kampf, sind eigentlich Tanks viel besser als Damage-Dealer. Weil alleine kannst du Das-Tank halt durchhalten und machst trotzdem trotzdem noch ziemlich viel Schaden, wenn wir noch piercing zu eclipse hast. Tanks sind okay, weil der Schaden von einem Damage-Dealer meistens nur gering höher ist. Oh mein Gott. Also bei Boss-Monstern, also vor allem in Online-Rollenspielen, da ist das Damage-Dealer, machen schon extrem viel mehr Schaden. Ja, da schon. Und hier ist es einfach so, du machst halt Schaden, aber es ist nicht so... Ich würde mal sagen, du machst schon mehr Schaden, als ich aber kaum war es. Ja, nicht so viel. Äh, hier müssen wir die... Oh Gott, oh Gott, was ist das? Die kommen immer erst runter, wenn du da bist. Aber die kämpfen noch gegeneinander, das ist cool. Mhm, die Zombies gegen die Tiere, ne? Ne, das da hinten kämpft gegeneinander. Da kämpft eine Spinne gegen... Oh mein Gott, fast gestorben. Gegen so einen Boss-Monster. Äh, die sind hier Level 23, Freddy. Ja, das Boss-Monster ist so hoch. Nein, die Viecher hier auch. Die mich gerade verfolgen. Ja, die wurden von dem Boss-Monster gespawnt oder so. Ich bekämpfe einfach beide Teile. Bane-Zahl. Fast gestorben. Okay, das Boss-Monster ist tot. Oh, ich habe einen Blueprint bekommen. Cool. Impannte Silber. Ähm, Moment mal. Hier, hier, guck dir mal die Wand an. Die sehen so ein bisschen fast Böschluss aus, oder? Ja. Und da kannst du mit Shift-Klick gegenhauen, oder mit irgendeiner Attacke das machen. Boah, ich habe das eben gerade irgendwie so erschreckt, als die Spinne da runtergekommen sind. Hat man zum Glück auch noch ein bisschen gemerkt. Wie? Ja. Ja. Ich dachte, what the fuck ist das aber einmal? Ich dachte, du hast eine Spinne auf meinem Bildschirm oder so. Ja. Ich habe aber nicht gerechnet. Hast du Spinn? Äh, nach rechts unten können wir noch. Ja, wir können auch natürlich einen Geheimgang gehen. Und nach oben können wir auch noch. Der Geheimgang, der führt zu dem Geheimgang, wo wir eben gerade drin waren. Das habe ich noch eben gerade gesagt. Ah, okay. Dann haben wir nicht gehört. Ja. Ja, die hat mir nichts gehört. Ich hasse mich. Ja, klar. Ich habe die vor allem im Internet gemacht. Das hat viel zu lange gedauert, die Wichser. Nächst mal schneller. Weißt Bescheid, ne? Kein Geld mehr. Ich habe kein Geld bekommen. Das ist eine Lüge und das weißt du auch. Die 100 Millionen Euro bezahlen. Oh, ich habe auch so den Geheimgang geöffnet. Habe ich auch so gesehen. Oh, Gold, 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 Gold. Haben wir jetzt eigentlich noch immer noch das gleiche Loot? Äh, ne, wir haben immer noch jetzt noch Instanced Loot. Also, dass jeder ein anderes hat. Okay, das ist gut, weil ich dachte gerade, du hast mir meine ganzen Heilpotions weggeklaut. Ja. Ja, schon wieder. Ich habe nur noch nur 6. Obwohl, ich glaube, wir müssen die andere Richtung weiter. Ja. Oh Gott, ich habe vielleicht ein paar Bücher wütend gemacht. Ich bin verwirrt, wo wir landen müssen. Ich weiß auch nicht so genau. Jawohl, können wir beide gleichzeitig getötet werden, deshalb backen wir uns am Rand vorbei. Mann, ich hasse Spinnen. Ich habe jetzt 22, oh Gott. Oh Gott, die hinteren machen gerade so ein bisschen Schaden. Wir sind ja auch in Level 1. Okay, also ich glaube, bei größeren Monstern machst du schon viel mehr Schaden. Also bei der Spinne, die hätte ich eine halbe Stunde gebraucht. Ja, aber so krass ist das jetzt auch nicht, Alter. Doch, also wirklich. Also die große Spinne da, da habe ich, also wenn ich hier alleine bekämpfe, brauche ich richtig lang dafür. Okay. Wir sind klein und sind nicht an hier. 200 damage roundabout. Vielleicht sollten wir doch jetzt noch da oben gehen. Ich glaube, das ist einfach nur die Map zu Ende. Obwohl, das sieht aus, das wird es auch weitergehen. Ich bin verwirrt, in welche Richtung gehen wir. Dann lassen wir uns erstmal noch da oben gehen. Wahrscheinlich hängt das eh alles zusammen. Ich kann ja in der Zeit... Vor allem, wir kriegen jetzt richtig scheiß Loot. Ich habe hier gerade... Ich habe hier nur Müll bekommen bisher. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Aber ich kann ja ein bisschen weiter erzählen. Ähm... Äh, hier kommen wir gar nicht lang. Ähm... Dieses schwarze Teil da. Ich weiß jetzt, das ist eine Barriere irgendwie so draußen. Aber das war sowas, ich dachte, das könnte ich kaputt bauen oder so. Okay, hier geht's. Äh, ich glaube hier ist ne? Nein? Äh, der Punkt ist jedenfalls, ich habe bei wo davon einen Vertrag angemeldet. Über ne 100.000er. Und dann kamen die nicht und die kamen nicht und die kamen nicht und die kamen nicht. Naja, Techniker, blablabla. Das dauert halt tausend Jahre, bis man so einen scheiß Techniker im Haus hat. Weil die halt 800.000 Jahre lang keine Zeit haben oder so. Und auch kein Bock. Und naja, dann kam der, hat nicht funktioniert. Dann ging es wieder sieben Tage lang nicht. Nein, nein, zuerst kam er erst gar nicht. Ja, stimmt, zuerst kam er erst gar nicht. Warte ich den ganzen Tag bei ihm? Warte auf, dass der Dings kommt. Äh, ja. Ich habe den Schaltkasten nicht gefunden. Ne, Schaltkasten steht übrigens 20 Meter vom Haus entfernt. Direkt gegenüber sozusagen fast. Ja, du guckst von meiner Tür aus, guckst du auf den Schaltkasten. Na, ist ja auch egal, jedenfalls war er am Start. Dann musste ich wieder sieben Tage warten. Äh, dann halt den nächsten Teil in der Katze, übrigens. Ich glaube, ich habe irgendeine... Ich bin tot. Ey, was machst du denn? Ich bin ja auch in den ganzen Gegnern drin. Ich stand genau neben dir. Oh. Oh, ich habe deinen Grab gerade gesehen. Ja, stimmt. Du bist wirklich direkt neben mir. Sehr gut. Weil ich wegen dir nicht rauskam. Du hättest in die andere Richtung laufen sollen, sonst wärst du noch mehr Gegner reingelaufen. Portal ist übrigens offen. Danke. Also das habe ich ja auch so gesehen aufgemacht gerade, weil ich nicht wusste, ob ich auf L oder auf Kula das Gitarren eröffne. Ich habe irgendwie Lifestyle, glaube ich. Ja, hast du ja auch. Ich weiß mir nicht, woher. Ach, dass ich da... Woher... Äh... Nein. Absolut keine Ahnung, warum ich Lifestyle habe. Ich muss einfach öfter mal zurücktreten. Sonst gehe ich ganz easy drauf. Naja, jedenfalls war dann jetzt Donnerstag der Techniker da. Und... Ich habe das eingerichtet und meinte, jo, geht jetzt. Und oh mein Gott. Ähm... Und dann habe ich meinen Router angeschossen, das ging nicht. Und dann habe ich Freddy angerufen, der meinte, das geht nicht. Du hast mich nicht angerufen, ich bin einfach vorbei gekommen. Ja, stimmt. Und jedenfalls meinte Freddy auch, das geht nicht. Und dann habe ich mit dem Support geredet. Und jetzt habe ich noch einen Technikantamin. Den ich wieder entgegennehmen muss. Ja, den Freddy wieder entgegennehmen muss. Weil normale Leute halt... Von... 8 bis 13... Nein, von 8 bis 14 Uhr wäre der... Die sind noch verfügbar gewesen. Von 8 bis 14. Oder von 14 bis 20 Uhr. Und ich habe schon den von 14 bis 20 Uhr genommen. Und trotzdem, wir mal alle Menschen arbeiten um die Zeit. Den habe ich wirklich genommen, damit du nicht als Ruhe aufstehen musst. Ja, wir haben so... Ich dachte mir so 8 bis 14. Oder... Nein. Dann fällt Freddy ein. Jetzt wollen wir auch nicht eingeschlafen. Ja, aber fast. Da sind nur die Katzen eingeschlafen. Ja, und ich habe jetzt übrigens... Wir haben jetzt übrigens Katzen. Ich wohne jetzt übrigens mit meiner Freundin zusammen. Und fast mit mir, weil ich so oft da bin, aber... Ja. Ja. Ja, aber das ist so schön. Wir haben sowieso fast jeden Tag Besuch irgendwie. Na ja, und jetzt... ... habe ich aktuell Internet von meinem Nachbarn... ...über WLAN von dem Laptop von meiner Freundin an meinen Computer über Kabel weitergeleitet. Das hat übrigens Freddy gebaut. Ja, aber habe ich einfach mal gegoogelt, weil ich sowas nie mache, weil ich kann weder benutze. Ja, ich eigentlich auch nicht, deshalb habe ich doch kein WLAN. Theoretisch könnte ich es doch von eurem Handy machen. Na, ich weiß, obwohl. Bestimmt, auf Android gibt es das auch. Hättest du ein iPhone wäre das ganz anderes. Wie willst du... Wie willst du von meinem Handy auf meinen Computer? Mein Handy hat kein LAN-Anschluss. Ja, und? Das geht bestimmt irgendwie... Ja, über... Per USB-LAN-Adapter, äh... Kann man bestimmt kaufen. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, hier ist hier... Ist hier was zu essen rein, oder? Ich dachte, ich glaube, wir sind ein Antarspiel. Na ja, habe ich auch schon geguckt. Das sieht so aus wie eins. Ich glaube, die ganze Zeit dich haben, weil ich den größten Fein. Ja, wenn ich eigentlich auch. Einfach hat es keinen. Oder um es zu sagen wie... Michael Bulli-Herbig? Bist du Freund oder Fein? Weiß ich noch nicht. Scrap. Oh mein Gott, ich bin doch fast gestorben, obwohl ich nicht mehr in den Gegner drin stehe. Du stehst... Du campst gerade mit einem Gegner und ich stehe bei tausend Gegnern tausend Stunden lang und bekomme so viel Schaden wie du von einem Gegner. Ist richtig super. Ne, der Gegner war schon tot. Und dann bin ich erst fast gestorben. Ich weiß überhaupt nicht warum. Hast du schon das neue Minecraft-Projekt gesehen? Von GLP und den anderen Jungs? Hast du es mir gezeigt? Nein. Denn nicht. Okay. Die haben heute ein neues Projekt angefangen. Weißt du, ich guck so gut wie keine Let's Plays. Hier ist Wand. Hier ist Wand. Danke für der Deutsch. Ich guck erstens keine Let's Plays und zweitens erst recht nicht bei den Leuten. Okay, das ist ziemlich cool. Das ist eine Vorstellung für Minecraft-Leben. Was war ein Leben? Leben war das mit den 6 Millionen Leuten, das Zombie auch mitgemacht hat. Ja, wo ich erstmal... Stimmt, da habe ich jetzt noch nicht abonniert gehabt. Ich habe aufgehört irgendwann. Okay, die Hose ist... Increased Armor. Hm. Wie viel Armor habe ich denn? Ist es Armor Rating? Ne, Armor Rating ist meine Bewertung. Armor Rating verstehe ich überhaupt nicht. Gegner hinter uns ignorieren wir erstmal. Na klar, wir gehen aber weiter. In die Sackgaste, wo wir gegen sie campen müssen. Freddy? Ja, ich weiß, dass du gestorben bist. Ein Portälchen wäre cool. Ist offen. Danke. Äh, ja. Naja, weil ich jetzt umgezogen bin, habe ich auch das komplette Setup geändert. Oh, das Setup. Ja, ja. Das Setup ändert? Du hast das Mikrofon anders aufgestellt oder was? Ja. Wow. Du hast dich mal an das Mikrofon, du hast einfach nur anders hingestellt. Ich habe auch nur anders aufgestellt gesagt. Aber ich habe auch kein Setup außer das Mikrofon. Und eine Webcam... Ich glaube, du bist gerade gestorben. Ja. Ich weiß nicht an was. Ich auch nicht. Ich war einfach auf einmal tot. Und mein Drucker steht auf dem Stuhl neben mir. Okay, dann haben wir diesen Weg hier auch gecleared. Ich habe auch eine scheiß Wand. Keine Ahnung. Fui. Ja genau, Fui. Was hat er getan? Ihr, oder? Ne. Ne, das sah nur so aus wie einer. Und gut. Ja man, warum musst du auch Hausaufgaben machen um die Uhrzeit? Da schlafen andere Leute. Glaub ich schon fast 22 Uhr oder so. Äh. Ja. Wir müssen einmal komplett außenrum zurück. Naja, zurück müssen wir nicht. Wir müssen ja... Naja, okay. Schon zurück, aber... Äh... Ja. Ja. Wie übrigens gerade eine Hand nur, weil ich gerade mein Handy entsperren muss, was auf der Seite da liegt. Nice. Drei Minuten noch. Heute gehörmöse auflaufen. Nice. Aber jetzt habe ich endlich keine Probleme mit einem Mitbewohner, wo ich Schnauze halten muss und sowas. Was hast du? Ah, stimmt. Ist dein Freund das Problem? Ha! Ja, meine Freundin ist kein... Oh mein Gott, ich bin schon wieder tot. Ist kein Problem. Nein, sie hat jetzt das Problem, dass sie die Schnauze halten soll. Ach so, sie hat jetzt das Problem, dass sie die Schnauze halten soll. Nein. Sie darf ja ruhig reden, aber nicht im Hintergrund. Haha. Sie darf ja ruhig reden, aber nicht im Hintergrund oder wenn ich irgendwas anderes mache. Ja, wir haben jetzt zweieinhalb Zimmer. Jetzt kannst du einfach weggehen. Was übrigens voll geil ist. Ja, das ist mega nice, oder? Ja, Mann. Ne. 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 Hab ich schon mitgekriegt Oh toll dass ich zweimal gegen die Wand geworfen habe Danke Ich hab nicht mal gesehen was du weggeboxt hast Kleine Fieber was du totgeprügelt hast Das hast du bei mir nicht getroffen Doch Oh mein Gott fast gestorben Wieso greifen die dich denn alle an Ich hab doch keine Ahnung Weil die genau wissen dass ich mehr drauf hab als du Ja genau Wir stirfen alle in 20 Sekunden Ja eben deshalb ja Und die wissen wahrscheinlich dass ich Damage Dealer bin Die wissen einfach dass ich Doppel D hab Die war auf Angst vor mir deshalb greifen sie dich an Freddy Doppel D kannst du nicht übertreffen Doch E Ja oder F oder Doppel Ich glaub es gibt sogar Doppel G oder sowas Ekelhaft Alles Ich glaub unser Part ist gleich vorbei Die werden sich doch original aus als ob man sie einreißen könnte Absolut nicht nein Okay Fick dich Nein auf den Part ist vorbei Ja Dann bis zum nächsten Mal Leute Haut rein und tschau Tschüss 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 Tschüss